So, ich muss jetzt mal schauen, wir sind vom Ablauf her jetzt bei dem Thema Quick-Tip. Warum bist du noch? Oh, habe ich meinen Einsatz verpasst? Du hast deinen Einsatz verpasst. Wir schauen uns in der Zeit das nächste Quick-Tip-Video von Matthias an. Für alle, die sich schon mal gefragt haben oder sich gewünscht haben, ob man, nachdem man ein Porträtfoto, was man vielleicht schnell auf der Reise oder im Urlaub gemacht hat, ob man da die Beleuchtung oder Ausleuchtung im Nachhinein ändern kann, lautet die Antwort, ja, das kann man. Und mit was geht es? Mit dem sogenannten Render-Filter Beleuchtungseffekte. Aber eins nach dem anderen. Ich habe jetzt eine Aufnahme und möchte hier die Beleuchtungssituation ändern. Als erstes dupliziere ich mir einfach mal die Hintergrundebene. Wir werden nachher sehen, warum wir das machen. Zweitens, jeder, der schon mal ein Quick-Tip von mir gesehen hat, weiß, immer für Smart-Filter konvertieren, denn wir wollen ja flexibel sein und an die Parameter jederzeit rankommen. So, und jetzt kommt der spannende Moment. Das ist der eigentliche Filter und zwar der Render-Filter Beleuchtungseffekte. Und in diesem Dialog kann man sich wirklich austoben. Hier auf der rechten Seite haben wir wie immer jede Menge Schieberegler für Beleuchtungskörper, also Lampen, Spotlights, Punktlichter, die man hier einfügen kann. Und wir haben für euch auch Voreinstellungen, also Presets hier reingelegt, wie jetzt zum Beispiel ein Punktlicht oder ein Flutlicht oder RGB-Lichter. Also da könnt ihr euch wirklich austoben. Für dieses Porträt würde ich jetzt so etwas wie 45 Grad von unten nehmen. Wir können die Intensität auch hier ein bisschen runterdrehen. Und wenn ihr mal eine Einstellung gefunden habt, die euch gefällt, dann ist die nicht verloren, denn ihr könnt die auch abspeichern. Ganz einfach, ihr findet diesen Dialog hier unter Laden und Speichern. Und ich habe für diese Aufnahme jetzt mal was vorbereitet. Lade also mal so eine Voreinstellung rein und ihr seht, das ist eine sogenannte PLE-Datei, die könnt ihr irgendwo hin speichern und jederzeit wieder verwenden. Ich mache das mal und das ist für dieses Porträt die Beleuchtung, die ich ganz gut finde. Ich sage okay und wir haben hier eine neue Ausleuchtung. So was vorher, so ist es nachher. Und für die, die das jetzt ein bisschen zu mau finden, gibt es vielleicht einen Quick-Tipp im Quick-Tipp, denn wir können ja über die Fülloptionen, die findet ihr hier über dieses Fly-Out-Menü, ich mache das mal in den Mittelpunkt hier, entscheiden, was von der drunterliegenden Ebene. Und darum habe ich die Ebene auch dupliziert, denn ich habe die Original-Ebene, die Original-Aufnahme noch darunter liegen, was davon beibehalten werden soll. Das heißt, ich kann sozusagen die drüberliegende Ebene, die Korrektur hier, diesen Beleuchtungseffekt aufmachen und zwar über Tonwerte. Das heißt, ich verwende diesen unteren Schieberegler, und zwar für die darunterliegende Ebene, und drücke die Alt-Taste, das ist ganz wichtig, und kann jetzt hier aufmachen. Ihr seht, der Regler teilt sich und wir sehen, was passiert im Hintergrund. Ich kann jetzt entscheiden, welche hellen Lichter von der darunterliegenden Original-Aufnahme mitverwendet werden. Ich nehme jetzt vielleicht mal so einen Wert, sage OK, und jetzt sehen wir eben sehr schön vorher, nachher haben wir doch eine ganz dramatisch andere Ausleuchtung. Das Licht kommt jetzt hier komplett von unten. Das heißt, zusammengefasst, der Weg zu gehen für neue Ausleuchtung bei einem Bild ist Render-Filter-Beleuchtungseffekte. Und am besten macht ihr das über einen Smart-Filter, also ihr konvertiert das Ganze für Smart-Filter, dann könnt ihr jederzeit eure Einstellung ändern. Und dann war noch eine zweite Sache mit drinnen. Über die Fülloptionen könntet ihr entscheiden, was ihr von einer darunterliegenden Ebene, in meinem Fall die Original-Ebene, einfach beibehalten wollt. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schneller Weg hier, eine neue Ausleuchtung reinzubringen. Ein Doppel-Quick-Tipp von Matthias. Ein Doppel-Quick-Tipp. Zeitlich ein bisschen drüber. Ja, das schaffe ich auch. Drüber schaffe ich auch. Drüber schaffst du auch. Dann Render-Filter-Domp, nutzt du die? Nee, weniger. Aber Rendern ist doch ein schönes Stichwort, um zu meinem Quick-Tipp überzugehen. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Videos sind in Photoshop möglich. Das haben wir vorhin bei den Templates gesehen. Dass man auch sehr, sehr coole Effekte damit erzielen kann, das will ich jetzt mal zeigen, und das ist gar nicht so lange dauert. Ich habe hier so ein Bild, und was ich mit diesem Bild gemacht habe, ich habe hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Ich habe so eine Art Cinema-Graph gemacht. Ich habe so Linien, die sich hier an diesem Badeanzug runterlaufen, vielleicht auch mit so einem transparenten Hintergrund. Wer auf meinem Instagram-Profil mal guckt, ich habe da so ein paar andere Beispiele noch gemacht, die eigentlich ganz cool aussehen. Wie das funktioniert, will ich einfach mal kurz zeigen. Dauert nicht so lange. Letztendlich, was ich gemacht habe, ich habe hier ein Bild mir geöffnet, habe das einmal in schwarz-weiß konvertiert, ein bisschen weich gezeichnet. Warum, sage ich gleich. Und ich habe solche Linien hier drin. Und was wir schon vorhin gemacht haben, wir haben diese Zeitleiste einmal hier offen, und ich klicke einfach hier drauf und konvertiere dieses Bild in ein Video um. Momentan passiert da noch nicht so viel. Als nächstes gehe ich hin, und diese Linien, die ich hier auf einer separaten Ebene habe, konvertiere ich mir in ein Smart-Objekt. Warum, erkläre ich gleich. Jetzt gehe ich hin und speichere das gesamte Bild einmal mit dieser schwarz-weiß, mit dieser weich gezeichneten schwarz-weiß-Ebene. Dann gehe ich hin und doppelklick mal auf diese Linien. Das ist das Smart-Objekt, was ich mir gerade erstellt habe. Und man erkennt schon, dass hier so eine Timeline drin ist. Hier passiert aber noch nicht so viel. Ich ziehe da ein bisschen größer. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte sagen, dass sich diese Position dieser Linien verändert. Und dafür klicke ich in der Zeitleiste auf diesen Pfeil hier, und dann erscheinen so Optionen hier drin. Also sage ich hier mal eine Sekunde in etwa. Dann möchte ich die Position animieren, und zwar sollen diese Streifen hier hin, genau an die Kante. Jetzt habe ich vergessen, hier vorne einen Keyframe zu setzen. Also gehe ich nochmal hier zurück. Und was jetzt passiert, wenn ich dieses Video hier abspiele, diese Streifen laufen da runter. Ja, das Ganze speichere ich ab. So, und wenn ich das hier jetzt abspiele, laufen diese Streifen, wie wir es gerade eben angezeigt haben, runter. Was ich jetzt im nächsten Schritt mache, ich transformiere das mit Steuerung T, gucke, dass ich das auf diesen Badeanzug anpasse. Hier gibt es diese Warp Transformation. Klicke ich einmal drauf und gucke, dass das sich so einigermaßen in der Struktur des Badeanzugs anpasst. Ja, das muss jetzt nicht sehr präzise sein. In etwa so. Und was ich hier schon gemacht habe, ich habe in den Kanälen mir schon mal diesen Body einmal ausgewählt. Ja, das heißt, ich klicke jetzt hier drauf und gucke, dass diese Linien einmal hier ausgewählt werden. Und wenn ich das jetzt abspielen lasse, dann laufen diese Linien hier runter. Ja, das kann ich hier noch einmal auf weiches Licht setzen und so einen coolen Effekt erzielen. Ganz kurz noch, warum ich diese Schwarz-Weiß-Ebene gemacht habe. Momentan laufen die Linien normal runter. Was ich eigentlich machen möchte, ich möchte auf diese Ebenen so einen Versetzen-Filter drauf machen. Das heißt, ich gehe hier auf Verzerrungsfilter, Distortion. Und, nee, falsch, auf Verzerren-Filter. Ich sage das Dom, dass wir erst bei sechs wieder weitermachen. Stilisieren, extrudieren. Das ist es. Und dann sage ich hier 2020. Würde jetzt mein Schwarz-Weiß-Bild auswählen, direkt reinmachen und dann würde er an den Falten diese Linien da reinmachen. Das dauert jetzt ein bisschen länger zum Berechnen. Deswegen will ich es nur ankündigen. Aber wenn wir uns das finale Produkt noch mal angucken, hier sieht man, wie schön sich diese Linien an diesen Falten entlanglaufen lassen. Das Ganze kann ich dann als GIF abspeichern oder wie gesagt, hierüber einfach als Video rendern und fertig ist mein Cinemagraph. So, mein kurzer, gar nicht so kurzer Quick-Dip, aber ich denke, sicherlich eine interessante Funktion in Photoshop.